Was bisher geschah. Schattenspieler, ich werde dich aufhalten. Rainy Brain, kolze Yu-Gi-Oh! Um euch werde ich mich wohl als nächstes kümmern müssen. Irgendwie fehlt was. Es ist, als würde etwas nicht bei mir sein. Ohne mich konntest du nur verlieren. So, ich muss mich dringend um die zwei kümmern. Mit wem will ich anfangen? Rainy Brain, das ist eine gute Idee. Ich habe einen Plan. Doch bevor ich mich um ihn kümmere, muss ich mich erstmal um den nächsten in der Liga kümmern. Eugen von CCG. Ich hoffe, ich gewinne. Aber ich fühle mich etwas schwach. Egal. Jetzt erstmal das Duell und dann auf zu R.B. So, auf geht's. Da ich das Spiel schnell benden will, habe ich ausgemacht, dass wir nur ein Spiel gegeneinander spielen. Seine Hand scheint besser zu sein. Verdammt! Nein, das darf ich nicht zulassen. Er darf nicht ins Spiel kommen. Er kommt dennoch durch. Jetzt bin ich schutzlos. Hat er gut gemacht. Er gibt mir auch echt alles. Mit meinen Karten kann ich da nichts mehr ausrichten. Nur noch ein Verzweiflung zu. Mist. Schon wieder verloren. Wie kann das sein? Ich fühle mich schwach. Ganz schwach. Schwach. Endlich habe ich die Oberhand. Jetzt werde ich mich um René Brain kümmern. Er ist sowieso zu schwach dafür. Ich habe meine volle Kraft. Jetzt kann er nichts gegen mich machen. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Musik Hey Rene Brain, ich hab gehört du suchst mich Zeig dich, wer auch immer du bist Warum sollte ich mich zeigen, ich bin ein Meister der Schatten Schattenspieler Richtig Auf diesen Moment hab ich gewartet Schattenspieler Ich weiß ja nicht wo du bist, aber du kannst nicht tun und lassen was du willst Durch Kader 89 weiß ich Bescheid Falsch, du weißt gar nichts über mich Ich bin das erste Mal in Fesseln und ich habe die Oberhand Ich zeig dir, wer die Oberhand hat Denkst du wirklich, du kannst mich aufhalten Ja, das denke ich Ich fordere dich zum Duell raus Das wirst du gleich schon bereuen Duell Ich mach dich fertig, ich beschwöre meine mächtigen Drachen Und jetzt aktiviere ich meine zwei Zauberkarten, um das Spiel direkt zu beenden Das war's Ich sag doch, du kannst mich nicht aufhalten Was ist passiert? Du bist zu schweig Ich konnte gar nichts machen Aber du hast Ehrgeiz Ich gebe dir noch eine letzte Chance, damit ich dich verschone Was wirst du nun mit mir tun? Wirst du mich auch töten? Wie die anderen? Du tötest Eugen und keulst die Yu-Gi-Oh Ist das dein Ernst? Das ist der Deal Töte oder du wirst getötet Für das erste spiel ich dein Spiel mit Vorratsnob Wir sind noch nicht miteinander fertig Das hoffe ich doch Ich werde hoffentlich bald von ein paar Toten Hahahaha Hahahaha Hahahaha